Hallo und herzlich willkommen in der Glühwürmchenhöhle. Wir haben hier ganz viele Glühwürmchen gefunden, aber leider sieht man die nicht ganz so gut auf dem Bild. Ab und zu sieht man vielleicht was, aber vor allem kann er nochmal leuchten kurz. Vielleicht ist er dann ein bisschen besser. Willst du mal kurz leuchten? Das ist die Höhle hier. Und da oben sind die Glühwürmchen, aber leider sieht man die nicht so gut. Das ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Hier gibt es auch noch ein bisschen Höhle. Und hier ist der Fluss, an dem wir langgegangen sind in der Höhle. Ja, es ist ganz interessant hier, das Ganze mal zu sehen. Und wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!